Weißt du, aber ich soll immer da sein, weißt du, beim Stream, ne? Der nächste sag ich auch, ich penne einfach. So, ähm, boah, ich will nur noch hier raus. Boah, ich hab so'n Paras, ne? Ey, da musst du mal gucken bei Interaktion, da stehen die ganzen... Boah, nette Random-Oma, ja, nette Random-Oma, auf jeden Fall. Also die, äh, boah, die ist ja mein Kryptonit, dieses Spiel. Ich hab ja, wie gesagt, immer wenn ich spiele, erschrecke ich mich immer wieder. Das ist ja das Faszinierende. Hallo TMT, 1, 1, 1, 1. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Boah, ich muss jetzt mal runterfahren, ey. Willkommen zur Let's Play Live schon, alle neuen Zuschauer. Den Freitag, den Samstag ab 20 Uhr. Wo stehen die denn? Wenn du nicht Vollbild hast auf der Playstation und nur so diesen kleinen Bildschirm hast mit rechts im Chat, hast du links unten Interaktion, steht das da. Wenn du mal am PC guckst oder was, Handy, weiß ich nicht, wo das ist. Ob das da, das müsste aber da, glaube ich, auch gehen. Ich weiß nur nicht, wie. Klettern. Sehr komische Aktion. So. Ja, 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 halt die Schnauze. Geh weg. Geh weg. Geh weg, 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 weg. Oh. Ja, ja, so much to see, so much to learn. Oh nein. Jetzt kommt da noch die Kanalisation. Die hab ich ja ganz vergessen. Scheiße, fuck. Scheiße. Scheiße. Was? Mein Lauch-Eintopf. Uh, mein Lauch-Eintopf ist fertig. Uh, geil. What for game is that? Äh, hey, say, morex, blaze. This game is daylight. The name of the game is daylight. You can download it on, äh, at the PSN-Store. Oh my god. Oh, höh. Alter. Hallo. Alter. Geh weg. Handy muss es so eingeben. Ja, genau. Hello and welcome to the Let's Play Live Show every Friday and Saturday. Hallo und willkommen. So, warte mal. Ich hab nicht auf 1 gedrückt gehabt. Oder, ne, das ist, äh, die geht kreuz nach rechts. Hab ich nicht, wegen Fackel gerade. Fußgeräusche. Du und dein Englisch. Ja. Ich kann ein bisschen Englisch. Mein Englisch ist nicht sehr gut, mein Deutsch ist nicht viel besser. Sorry. Hallo? Ja, ist doch gut mit den Füßen jetzt. Übertreibt's nicht, bitte. Ja, wir haben die Tür schon mal gefunden, oder? Ah, ne, Siegel. So, erstmal gucken. Siegel hatte eingetragen. Jetzt muss ich nur gucken, wo... wo Dings ist. Wo, ähm... die Tür ist. Und wo wir noch die letzten Seiten finden. die letzten vier. Hello? I am so alone. Can anybody help me? Oh mein Gott, was war das so? Was war das so? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Warte mal, waren wir hier schon? Nö. Oder? Doch, da ist eine Seite. Ja, 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 ja. Ja. Far Cry 4 Live 15. Ja, vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du da bist. Das Siegel war, glaube ich, geradeaus. Ne, kann das sein? Zucker. Ahaha. Ahaha. Honey, honey. Alter, dreien, seid ihr wahnsinnig! Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo, everybody, und willkommen zu meinem Stream. Willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Englisch ist nicht sehr gut. Mein Englisch ist nicht sehr gut. Mein Deutsch ist nicht viel besser, sorry. Ich hoffe, ihr lautet das Stream. Geh weg. Geh weg. Hallo. Alter, 24. Seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Was? Was? Na, 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 na. Ja. Die ist da, ne? Ja, nicht zu sehr übertreiben, weil das kommt nicht gut. Weil wenn man ständig Füße eingeht, Licht, Füße, Licht, Füße, Licht, Füße, Licht, das kommt nicht gut. Weil das funktioniert nach einer Zeit dann auch nicht mehr so gut. Und da das eben Chat geschrieben wird, sehe ich das ja manchmal dann auch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Grandma. Geh weg, Grandma. Geh weg. Jo, 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 jo. Jo! Nimm die Puppe! Nimm die scheiß Puppe! Oh. Gott sei Dank. Hu. 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 So, jetzt muss man noch kurz gucken. Ich glaube, irgendwo war hier der Schalter. Äh, ich search the switch for the bridge. Ich search, ich search the switch for the bridge. Hört sich auch gut an. Ich suche den Schalter für die Brücke. Auf Deutsch hört sich erst nicht gut an. Da wird gerade, äh, das Labyrinth erstellt. Alter, 46 Zuschauer, ey. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Very big thank you for all the people who watch my stream. Boah, hallo, framerate. Hallo, framerate. Hallo. Alter. Ja. Höhöhöh. So. Jetzt aber. Höhöhöh. 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 So, Labyrinth erstellt. Willst du versuchen zu schwimmen? Ah, bestimmt nicht. You can make it your song close. Sex on the beach, aha, aha. Hi, RTB. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hello and welcome. Schön, dass du da bist. So, hier war das, glaube ich, gewesen. Ich glaube, wir müssen erst aufdrehen. War das nicht so? Ich meine, erst aufdrehen, oder? Irgendwie so. Und da müssen wir, glaube ich, hier... Ah ja, die Fackel benutzen. Ne, genau. Scream like a baby. Yes, Steve. Yes. I scream like a baby. Na. Benutzen. Benutzen? Was machst du nach Daylight? Lass dich überraschen. Hallo? Lass dich überraschen. Schon kann es geschehen. Na. Oh, jetzt kommt der Wald, ne? Slenderwald. Slenderwald. Oh, Slenderwald. The Exit to the End. Where is it, Sarah? Where is it? Where is it? Ich sehe eine Seite. Seite, 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 Seite. Ist hier auch eine Seite dran? Nein. Aber hier ist eine Seite dran. Fünf Seiten müssen wir nur finden. Das ist schon mal sehr schön. Was? Nein. Ich habe nicht nach rechts gedrückt. Ah, ist dieses Game wirklich schrecklich? Ja, ja. Ich denke, es ist wirklich schrecklich, wenn du das die erste Mal spielst. Es ist wirklich schrecklich. Hier sind normalerweise überall Seiten dran, eigentlich. Ich schaue gerade mal. I look for the pages. Ähm. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, diesmal keine Seiten hier. Das ist aber echt verwunderlich. Dass hier diesmal keine Seiten sind. Hm. Das ist aber echt. Warte mal. Ich mache nochmal die Fackel an. Außen vielleicht. Pages, I need you. Hello, Pages. Ist etwa... Keine Seiten? Das ist aber echt merkwürdig. Huah! Alter. Hu. Ha. Hu. Ha. Lass uns mal hier lang gehen. Auf dem Berg. Der Mike fragt. Ich grüße dich. Hello and welcome. Alter, seid ihr wahr? Vielen lieben Dank. Big thank you for all people to watch my stream. Thank you. Very big thank you. And welcome to the Let's Play Live Show. Halloween Horror Special. Hehe. So. Seite? Page? 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 Haben wir irgendwo eine Seite? Äh. Anyone? Page there? Page? I need a page. I need a page. I need a page. I need a la 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 la. This way, that way. This way, that way. Hallo? Nein, lass doch. Lass, lass doch. Lass doch mal die Seite auf. Nimm mal hier die... Click, 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 click. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Wir sind doch immer da. Mal gucken, irgendwo müssen... Huah! Tschau. La 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 la. Da waren wir da schon gewesen? Nein, da waren wir noch nicht... Im Friedhof? Da ist ja auch ganz normal, dass man nachts auf den Friedhof geht. Ich sehe zwei Seiten. Ja, schön. Page one. So close and so far. Jetzt muss ich nur gucken, wo... What is this sound? Mr. Money in the Bank. Hi and welcome to my stream. To the Let's Play Live Show. Nice to see you here. My English is not very good. My German is much better. Yes, I'm German. So, die Tür haben wir schon mal gefunden. Hat aber nicht markiert, der Drecksack. Lead the key. I need the key. I need the la 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 la. Da gab es doch auch mal so einen Song, ne? Glaube ich. Wir haben eine Seite, 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 Seite. Hallo, Hartz-Seiler. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wir brauchen das Siegel. Ah, das Siegel war an dem Gebäude, ne? Äh, 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 we need, äh, Sitchel, 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 where is the Sitchel? Hört sich mal an, als ob da einer irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen... Wir sind doch immer da... Das hört sich mal so an, als ob da irgendwie ein... Irgendwie... Irgendwie immer einer so einen, so einen, so einen Sideboard am Rücken ist, ne? Schatz, noch ein bisschen weiter rechts. Schatz, noch ein bisschen weiter links. Wo war nochmal dieses Gebäude mit dem Siegel? Verdammt nochmal. Ich laufe wahrscheinlich voll im Kreis. Da ist der Baum. Warte mal eben. Ich zoome mal ein bisschen raus. Dann sehe ich das vielleicht ein bisschen besser. So, warte. Warte. Vielen lieben Dank für den Follower. Vielen lieben Dank. Danke dir. Oh. Wo waren die Sackgebäude nochmal? Warte mal, hier war der Brunnen, ne? Wenn hier der Brunnen war, da... Da ist noch eine Seite, aber wir haben schon genug. Dann bin ich ja hier lang gelaufen, oder? Hier, 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 hier. Yes, 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 yes. Sitchel, sitchel. Sitchel. Der Wald ist aber diesmal kleiner, glaube ich, und ein bisschen einfacher gestaltet. Alter Schwede. Ich glaube, hier war... Ich glaube... Ja, hier war die Tür. Ja, 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 ja. Was ist denn das immer hinter uns? Ciao! Was? War ich nicht? Prost. Ja, ja. Boah, ich will das gar nicht in den Auflaufen. Was? Was? Nein! Ciao! Lalalalalala! Was? Ja, kletter da da hoch! Ja! Nicht wieder in die Fünstlernis gehen! Ich hab schon voll die Paras! Ich seh schon wieder Dinge! Lass dich überraschen! Lass dich überraschen! Schon kann es geschehen! Run, 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 run! Oh, was ein Krach! Was ein Krach! Was ein Krach! Danach kommt, lass dich überraschen! Schon kann es geschehen! Ich hab's noch keine Bescheidigung. Hallo! Huch?! Round and round! Round, round, baby, round, round! Da, 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 la, da, la, 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 la la.. Sugarbibes war das, glaub ich, ne? Da ist hier der Beginn. Da ist hier der Beginn. Round round baby, round round lalalala. Süßes oder saures? Mäh. Hehehehehehe. Klick. Tü-tü-tü-tü-tü. Hello. I'm here for you. Hello. Hello there, Sarah. Hello. Let's begin. You remember, don't you? Your poor mother screaming in pain gasping as she brought you here. All that time spent hiding trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all, they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. I don't know. I don't know what it was. I don't know what it was. I don't know what it was. And yet the darkness, you know. The blackouts, the blackness, so thick you can hardly see. It kept them from you, Sarah. Kept you being you, even when you didn't know who you really were. Totally good. Yeah. Let me just walk. I don't know. It can be quite exactly. I'll never do any of my people. I don't know if I can even watch you. Caught onsy phone. I'm hoping for that line, but I can't see you a happy one. We're not sure whether he's moving on. I'm hoping for you guys not to have fun before and not see you in, sometimes seems to explain in all I said that I'm not sure. It's a tiny story here. Which I know, no spite if I can't figure it out, but I can't stand here. Was ist das denn? Wieso geht die Musik auf... Was? Die Soundkulisse auf einmal weg. Da haben sie wahrscheinlich keinen Pfeil mehr gehabt, deswegen haben sie es einfach beendet. Hallo? Ich gucke ein Bunker nebenbei. Achso, okay, cool. Sarah, Sarah, ready, ready. Nooooooo. Sarah, Sarah, ready, ready, ready. Nooo. Nooo. Wo, 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 run, 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 run. Awakening. So, you succeed into the light. Succession to the top of your own burning stars. Encircle in all ten and three. Oh my god. My god. That's me. It's me. So eine schlechte Story habe ich schon lange nicht mehr gehört. Gibt nichts, Flexi hat nicht angekündigt. Was, 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 was? Achso, wegen Pipipupenpause. Ja, klar, können wir machen. Können wir machen. Wie ich sagen. Ich mache mal kurz ein Päuschen hier für Videoaufnahme.